Balcony TV Hallo, wir sind's wieder, Balcony TV Vienna. Heute haben wir für euch Sweet Joyner. Hallo. Hi. Was hören wir von euch? Nebesgirn. Nebesgirn. Ja. Take it away. Musik First time I saw her face I was a drunken man I never thought I'd ever get her late Because she is a bitch and I'm a mess Yeah, 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 I'm a mess She twisted my head and every day I saw her face I never thought I would make her stay It's tough for me, but I'm okay She is my neighbor's girl And every day she crushed my world I don't want her anymore She can't walk away She is my neighbor's girl And every day she crushed my world I don't want her anymore She can't walk away She can't walk away One time I asked her out for a day But she said boy, you are a fool I never thought she's into me Because Because I'm not cool Yeah, I'm not cool Yeah, I'm not cool Yeah, I'm not cool Yeah, I'm not cool She twisted my head She twisted my head And every day I saw her with another guy I never thought she would be my girl So I don't I don't even try She is my neighbor's girl And every day she crushed my world I don't want her anymore She can't walk away She is my neighbor's girl And every day she crushed my world I don't want her anymore She can't walk away She is my neighbor's girl She is my neighbor's girl And every day she crushed my world I don't want her anymore She can't walk away She is my neighbor's girl And every day she crushed my world And every day she crushed my world I don't want her anymore She can't walk away She can't walk away She can't walk away She can't walk away Her eyes Hooligan Happy Sweet Joy Danke schön Achtung Kabel Ich steig drüber, nicht drüber fallen Wow Tolle Musik, tolle Stimme Danke Wer ist dieses Mädchen von nebenan? Oder muss ich ihn fragen, oder? Er hat den Songtext geschrieben, ja. Wer ist dieses Mädchen von dir? Wer ist dieses Mädchen von dir? Ist sie Blanz? Sie war auf jeden Fall es wert, über sie ein Lied zu schreiben. So bin ich sicher. Ja, ist richtig. Vielleicht. Ihr seid ja vier Fäsche-Jungs. Jetzt gibt es noch viel mehr Fäsche-Mädels um euch herum wahrscheinlich. Darum gibt es auch noch viel mehr Lieder. Ja, das ist richtig. Also wir bringen im Jänner die EP raus. Die haben wir im Sommer aufgenommen. Das ist unsere zweite EP, wo wir sich eigentlich musikalisch ziemlich verändert haben. Weil ich bin nach ungefähr einem Jahr, wo es sich schon gegeben hat, bin ich dann dazugekommen und dann ist noch eine zweite Gitarre dazugekommen. Hat sich noch verfeinert. Genau, hat sich ziemlich verändert. Und wie kriegen wir dann ab? Ab Jänner. Ende Jänner. Ende Jänner. Anfang Februar. Immer realistisch. Immer realistisch im März dann. Stell noch kurz deine Band vor. Also das ist der Paul. Das ist unser Schlagzeuger. Sein Bruder der Julius. Also das sind die Süß-Buben. Die Sweeties. Die Sweeties. Und das ist unser Schreiner Josef. Ein Bass. Der hat ja dann eigentlich den Namen gemacht. Genau. Sweet Joyner. Sweet Joyner. Und du darfst halt auch. Ich darf so mitspringen. Der Florian. Und wie schön. Und wie schön. Und wie schön. Danke. Ciao. 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 We'll be right back in ETV!